So los, dann wird das geschoben. Nix da, hoch! Harry, eine wunderbare Strecke hast du verpasst. Total flach. So wichtig ist Radwandern sozusagen. Guck mal. Langshaftig. Schön. So, das Telekom an. So, schon wieder nur gleich runter. Nur Weinbärsche. Das war der Abstanddienst, Harry. Da haben wir eigentlich für dich bestellt. Aber, naja. Ich schätze mal, dein Kopfweh ist jetzt langsam besser. Man weiß es nicht genau. Du vertraust halt keinen Schnaps. Das muss ich in Zukunft nur in hämopatischen Mengen zuteil nehmen. Das bringt anders dann nix. Jetzt geht's schon wieder gleich runter. Mein Gleichgewichtssinn ist auch wieder da. Also, du kannst schon wieder berg runterbreiten. Ja. Dummer. Aber nicht so schnell. Dann fahren wir ja nicht so schnell. 35. Das ist ja... nicht so schnell. Hoi, da waren wir. Schlagloch. Die Mannschaft ist von dem 30er-Schnitt nicht so richtig begeistert. Mal wissen es nicht genau warum, aber... Falten nicht. Sind ja jetzt nur noch 20 Kilometer. Oder fallen. Das ist unser Streck. Naja. Kann ich das wenigstens im Fernsehen angucken. Harry. immerhin... immerhin... immerhin, schon. 36. Wir werden langsam besser. Ah, meine Mannschaft kommt. Da hat gestanden Waisenheim am Bersch. Da muss es jetzt irgendwann hochgehen. Ja, aus Annas. Anna ist munter. Gruß an Harry. Wir haben Harry Videobotschaft. Da haben wir was. Das war so. Das war so. Und erinnert gut an Harry. Mensch, Mensch, wenn er so biete ich. Ich bin hier so gut drauf. Ich weiß auch nicht, warum. Thomas, da kannst du schon damals. Thomas, steht ein Gruß zum Harry. Ja, er greift da unten. Und ich kann nicht schalten. Ah, mit einer Hand noch. Sau, ich habe das klemme Ketteblatt drauf. Ah, ich kann schalten. Moment. Gut, man lädt, man verwackelt hat, aber kann man sich halten. Jetzt kann ich noch einmal. So. Da war es zum Harry. Ich schlaufe noch. Ja, der schlaufe nämlich nicht mehr. Er hat wohl noch Kopfweh, aber er schlaufe wieder nämlich. Er hat Schmerzen, glaube ich. Und da hinten ist nur noch flach. Flach, die Staffel. Flach, die Staffel noch. Wunderbarer Schreck. Ja, da war es verpasst. Doch. Muss er schon sagen. Gut, er kann sich jetzt im Fernseher angucken. Vielleicht soll ich sagen, ob er noch Kopfweh auf dem Platz hier. Klar, was klar. Haeck. Ich wäre noch vonchinig. Ja, das ist trotzdemował. Ja, nein.